So, ich hatte schon immer einen Traum und dieser Traum war für mich, dass ich mit einem ganz bestimmten Mann einen ganz bestimmten Song singen will, der für mich, für mich einer der wichtigsten Songs ist, die ich je gespielt habe, die mir wahnsinnig viel bedeuten, die auch sehr vielen Leuten viel bedeuten und ich habe mir mal vorgestellt, wenn ich mit diesem Mann diesen Song singen kann, ist das für mich wirklich etwas ganz, 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 ganz Besonderes und deswegen freue ich mich auch ganz besonders, dass er wirklich gekommen ist, um das mit mir mal zu machen. Bitte einen großartigen Applaus für den großartigen Peter Heilmann. Applaus Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020